Deine Mähne ist neuerdings matt, glanzlos und spröde? Das könnte an einem dieser drei Fehler liegen. 1. Die falsche Haarbürste Glänzen die Haare nicht, kann die falsche Bürste verantwortlich sein. Anstatt in teure Styling-Tools zu investieren, fangt also lieber bei einer richtig guten Haarbürste an. Für glattes Haar eignet sich zum Beispiel eine Pedalbrush am besten. Locken werden hingegen besser mit einer Skelettbürste entwirrt. 2. Pflege nicht ans Wetter anpassen Oft ist auch schlicht und einfach das Wetter schuld an fehlendem Glanz. HaarexpertInnen raten daher dazu, die Pflegeroutine beim Wechsel der Jahreszeiten anzupassen. Braucht die Mähne im Sommer vorwiegend Schutz vor UV-Licht, sollte sie im Winter mit mehr Feuchtigkeit versorgt werden. 3. Zu langes Föhnen Nehmt ihr euch auch gerne viel Zeit fürs Haarstyling und wundert euch dann, dass die Frisur total glanzlos ist? Der Grund? Langes Föhnen strapaziert die Haare. Föhnt euren Schopf also besser nicht zu heiß und verwendet die Kaltstufe, um die Schuppenschicht der Haare zu schließen. Das macht die Mähne im Nu wieder glänzend.